Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Wenn du wissen willst, warum, bleib dran. Kirche Lindenwiesel, das sind wir, Menschen aus der Region, bodenständig und von Jesus begeistert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und wollen sie im Alltag reden. Liebe, liebe Familie, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem 80. Impuls der Woche. Gefühlt kommt für mich im Moment alles zusammen. Es ist dunkel von früh bis spät. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, ist es dunkel. Wenn ich dann abends nach Hause komme, ist es wieder dunkel. Dann haben wir diese endlosen, nebligen Tage, die wir zumindest hatten bis zu diesem Dreh hier. Kaum Sonne, kaum Himmel zu sehen. Und dann diese Dynamik, die dieser ganze Coronavirus und die Maßnahmen da plötzlich wieder entfalten. Bis hin, dass ich es jetzt sogar in meiner eigenen Familie erlebe. Und das sind keine schönen Zeiten, das sind bedrückende Zeiten. Dazu kommt ja auch die gesellschaftliche Stimmung, diese Aggression, diese Wut, die ich da manchmal wahrnehme. Wirklich nicht schön. Kommenden Sonntag ist der erste Advent. Wir gehen auf Weihnachten zu. Und das tröstet mich. Das tröstet mich sogar ungemein, gerade in diesen Zeiten der Dunkelheit. Denn was ist die Botschaft? Was ist die Erkenntnis vom Advent? Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Auch wenn es jetzt noch dunkel ist, wenn es düster ist und zwar nicht nur physisch um uns rum, sondern auch gesellschaftlich und in uns und an anderen Stellen. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Gerade in unserer Predigt-Serie, die wir jetzt ja gerade beendet haben, beschäftigen wir uns ja intensiv mit den Anfängen der Bibel. Und ich möchte heute, um das zu verdeutlichen und zu vertiefen, diesen Gedanken von dem Licht, das uns erwartet und von der Helle und von dem strahlenden Licht, ans Ende der Bibel gehen. Also nicht an den Anfang, sondern ans Ende, in das vorletzte Kapitel des letzten Buches der Bibel, die Offenbarung, Kapitel 21. Denn dort wird wie eine Verwandlung beschrieben, die Verwandlung von der Dunkelheit ins Licht. Dort wird der Moment beschrieben, wo es endet. Wo es wirklich endet. Diese Dunkelheit und diese Schwierigkeiten, diese Mühen, dieses Zähe, dieses Elende, dieses Schwierige und dieses Kranke, dem wir gerade auch ausgesetzt sind. Ich lese es euch mal vor, diese paar wenigen Verse und werde dann immer wieder was zwischendrin sagen. Johannes, der Seher, sagen manche, Johannes, der hatte Visionen und hat diese aufgeschrieben in der Apokalypse, in der Enthüllung der Offenbarung. Und dann sieht er Folgendes. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also das Alte wird wie wegradiert, ausradiert. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht da. Das ist hier ein Anklang an die Schöpfung, Gott schafft das Meer und das Land und die Erde und Himmel und Erde. Es ist alles weg. Und in diese Leere hinein kommt dann das Neue, das Gott schenkt. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Also von oben auf das, was noch von der Erde übrig ist oder was dann da verwandelt wird, kommt diese Stadt, das neue Jerusalem. Das ist das Bild für die Verwandlung. Das ist das Bild für das Neue. Am Anfang, da waren wir in einem Garten, dem Garten Eden, da waren Gott und die Menschen haben da miteinander gelebt, mit diesen Bäumen und Pflanzen. Wir haben ja darüber gesprochen und wer sich nicht erinnert, kann es gerne nochmal nachschauen, bei YouTube, alle Predigten sind noch online. Am Ende ist das Bild nicht von einem Garten, sondern von einer Stadt. Aber in der Stadt wird dasselbe passieren wie am Anfang. Wir Menschen werden unmittelbar mit und bei Gott leben. Und das Schöne an dieser Stadt, es ist eine Stadt des Lichts. Und deshalb kann ich hier so entschieden sagen, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Auch wenn es sich jetzt so anfühlt, wenn es jetzt mies ist und dreckig und zäh und man das Gefühl hat, es will nicht enden. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Denn in dieser Stadt, in dieser Lebenswelt, die da auf uns wartet, Vers 23, da heißt es, die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Also man braucht da kein Licht, kein künstliches Licht, keine Xenon-Lampen und keine Neonröhren und auch keine LED-Lampen und natürlich nicht die Sonne und auch nicht den Mond, der das Licht der Sonne reflektiert, sondern was ist das Licht? Woher kommt das Licht? Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. Das Lamm ist ein Bild für Jesus. Also Gott selber ist das Licht in dieser Stadt. Er ist so unmittelbar, so gegenwärtig, dass sein Licht alles durchdringt. Und das ist kein Licht, das alles wegbrennt, wo man sich fürchten müsste. Das ist ein warmes Licht, ein Licht, wo man sich wohlfühlt. Und wir werden, so ist das Bild hier, unmittelbar mit und bei Gott leben. Wie auch immer das im Einzelnen aussieht, da bin ich natürlich auch völlig überfordert, euch das zu beantworten. Aber es ist dieses Bild von der Unmittelbarkeit. Ich kann an die Türe klingeln bei Gott und ihnen eine Frage stellen. Ich kann sagen, du hast du Zeit, ich würde gerne mit dir in den Park gehen, ein Picknick machen. Das sind die Perspektiven. Unmittelbar bei und mit Gott leben. Und dann heißt es, in dem Licht, das von der Stadt ausgeht, werden die Völker leben. Das ist die letzte Wirklichkeit, auf die wir zugehen. Leben im Licht, in der Helligkeit, bei Gott und mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Mit denen, die schon vor uns auf der Erde waren und die noch nach uns kommen, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und die neue Welt beginnt. Und dann ist noch interessant, diese Stadt hat auch Tore. Ihre Tore werden den ganzen Tag offen stehen. Mehr noch, sie werden nie geschlossen. Und was ist die Begründung? Weil es dort keine Nacht gibt. Es gibt keine Dunkelheit. Man muss sich nicht schützen. Man muss sich nicht verbarrikadieren. Man muss sich nicht irgendwie einschließen. Weil da gibt es keine Dunkelheit mehr. Und weil das die Bilder sind, die die Bibel uns zeichnet, die die Bibel uns schenkt und zeigt von diesem Leben hier auf der Erde im Neuen Jerusalem, deshalb kann ich so bestimmt sagen, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Auch wenn es jetzt noch dunkel ist und düster und schwierig. Und es ist gut, gerade in diesen Zeiten der Dunkelheit und deshalb auch haben wir diesen Impuls hier im Dunkeln gedreht, mit ans Licht zu denken, das uns erwartet. Und trotzdem, das muss ich schon noch dazu sagen hier, man kann es nicht sagen, Aya Popeye, alles wird von alleine gut. Also einfach so, einfach nur abwarten und dann warten wir lang genug und dann kommt diese neue Stadt und dann ist alles gut. Gut, hier heißt es noch, so hat es Johannes aufgeschrieben, nur wer im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben ist, wird in die Stadt eingelassen. Da sind Tore, die Tore sind immer offen, da leben die Menschen. Aber Zugang zu dieser Wirklichkeit Gottes hat nur wer im Buch des Lammes steht hier, im Lebensbuch des Lammes. Jetzt ist es natürlich ein riesen Fass, das kann ich und will ich jetzt gar nicht aufmachen. Man könnte sagen, nur wer Gott namentlich bekannt ist, der ist in dieser Stadt auch willkommen, der ist eingeladen. Das klingt jetzt auf den ersten Gedanken erstmal sehr abschreckend. Ja, was ist denn das und kann da nicht jeder kommen? Natürlich kann jeder kommen. Jeder, der Gott kennt, der mit Gott vertraut ist, der mit Jesus vertraut ist, ist herzlich eingeladen, lebt auf diese Stadt zu. Aber es kann auch nicht jeder kommen, denn dieser Ort ist einfach zu gut, zu schön, zu hell, zu rein, zu klar, als dass man ihn einfach nur so verschleudern könnte und einfach nur so billig hergeben könnte. Man kann nicht leben wie Wildsau, ich sage es jetzt mal so, leben in der Dunkelheit und mit finsteren Gedanken und mit finsteren Taten leben und nachher in die helle Stadt gehen. Das ist jetzt das Bild, das geht natürlich nicht. Und deshalb lässt Gott nur die Leute in die Stadt, die er kennt und die ihn kennen. Man muss sich jetzt da nicht fürchten, wir müssen da wirklich keine Angst haben. Jesus lädt heute jeden ein, zu sich und mit ihm in dieser Stadt wohnen. Er sagt ja mal im Evangelium, ich habe viele Wohnungen, ich bereite die Wohnungen vor, wir sind eingeladen, es ist alles bereit. Alles was es braucht ist, dass wir uns jetzt aufrichten, ausrichten auf Jesus, dass wir uns jetzt bekannt machen mit Gott und mit Jesus, sodass er uns kennt und wir ihn kennen. Und ich glaube, das ist die Chance der Dunkelheit und der Finsternis der Zeit, die wir gerade haben. Gerade diese Zeiten, solche Pandemiezeiten, solche Zeiten der Depression, solche Zeiten, die so unschön sind und die so endlos und ekelhaft lange sind, sind immer eine Chance, wir sagen, die sind eine Chance zur Umkehr, eine Chance zur Neuausrichtung, zur Neubesinnung. Auf was baue ich, auf was gründe ich mein Leben, auf wem gründe ich mein Leben, wohin zielt meine Lebensreise? Zieht sie nur zum nächsten Auto oder zum nächsten Karriere-Schritt oder zum nächsten Kind oder zur Rente oder zum nächsten Urlaub? Oder habe ich die ewige, helle Stadt als Lebensperspektive? Mache ich mich mit Gott bekannt, nehme ich die Zeit, die ich habe und schenke diese Zeiten oder einen Teil dieser Zeit für Gott? Das ist die Einladung in der Dunkelheit, sich auf Gott auszurichten und sich vorzubereiten auf das Leben nach der Dunkelheit. Und so spreche ich uns zum Schluss nochmal zu, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Es kommen vielleicht nochmal schwere, anstrengende Wochen, aber haltet durch. Die Perspektiven sind gut, die sind nicht nur gut, die sind ganz hervorragend. Gott segne euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!